Was ich hier finde, dass ich mein halbes Leben lang immer wieder zurückkehre nach Kanada-Alaska, 20 Jahre lang, um genau zu sein, das ist, ich würde es als Abenteuer bezeichnen, das Abenteuer sich freizufühlen in dieser unendlichen Weite des Nordens. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020